Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect Andromeda. Wir sind auf der Suche nach anderen Leuten, die noch Mitglieder des Teams waren hier. Oh, keine Ahnung, ob die hier in der Nähe überhaupt sein können. Da wird noch rumgeballert. Scheiße, Mann. Wenn Sie einen Kampf wollen, können Sie ihn haben. Einer ist da noch. Ich sehe es. Alter, was war das denn geiler Müs? Weiß ich nicht. Kirkland? Habt ihr den Move gesehen? Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe nur, Gria ist noch am Leben. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Das ist tatsächlich. Die Frage ist, die Symbole oben. Ich glaube, das mit den Sternen ist halt... Ist das unsere... ...wichtigste Mission? Ich weiß halt nicht, welche hier die richtige... Alter, was ist denn das für ein Riesenteil hier? What the fuck, Alter? Okay, das ist merkwürdig. Selbst mitten? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus, als wäre es mindestens drei oder vierhundert Jahre alt. Die Archen sind vor 600 Jahren aufgebrochen, richtig? Ja. Unsere Langstrecken-Scans hätten das hier nicht angezeigt. Diese Gebäude. Dieser Turm. Vielleicht war das alles noch nicht da, als wir die Milchstraße verlassen haben. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Heimat finden können. So, Moment. Wir suchen Greer natürlich auch noch. Optional, aber... ...wir werden ihm natürlich helfen. What the fuck? Scheiße, haben Sie das gehört? Nein. Leider. Da, passen Sie auf! Was ist das für ein Ding? Okay, es ist tot. Was auch immer es war. Wie konnte es sich so tarnen? Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow. Dann ist die Tarnung also biologisch? Ja. Erstaunlich. Aber da ist hier keine Anzeichen von Technologie. Das hat so ein Brustpanzer an. Ich glaube nicht, dass die so auf die Welt kommen. Ich meine, was weiß ich. Hey, sehen Sie mal. Signalraketen. Da drüben. Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Alles klar. Das könnten unsere Leute sein. Das könnten aber auch die anderen sein. Was denken Sie, ist da unten? Noch mehr Möglichkeiten, einen qualvollen Tod zu sterben? Vielleicht kommen wir mit den Jetpacks rüber. Kommt dieses Geräusch von unten? Äh, Alien-Götter der Unterwelt? Ha, sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibrationen. Ach, diese Ausmaße. Wer hat das alles gebaut? Ich will es gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich... Wollen wir da runter, Alter? Oh, Gegner. Ich glaube aber, ich will eher da rüber erst mal. Hey. Alles klar da hinten? Boah, ich muss erst mal reinkommen in das Ding hier. Allein schon, wie man sich hier bewegt, ne? Äh, lädt augenblicklich alle Waffen nach und sämtliche Kräfte wieder auf. Ach, guck mal. Verbrauchsobjekte. Okay. Schauen wir uns später ganz in Ruhe an. Erst mal gucken, was hier los ist. Haben wir denn eine Map? Wir haben eine Map. Alien-Bauwerk. Trümmerfeld. Geheimnisvolle Höhle. Alles klar, wir schauen uns natürlich die geheimnisvolle Höhle als erstes an. Ich meine, hallo. Die ist da unten irgendwo. Aber auf der anderen Seite. Da hinten, ne? Boah, Leute, ey. Ich bin gerade, also grafisch. Holla, die Waldfee. Was es mit der Story macht und so, das wissen wir natürlich noch nicht ganz. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, soweit. Wenn ihr einen Ersteindruck mal wissen wollt. Wir ziehen das wirklich durch, oder? Ich will wissen, was da unten ist. Richtig. Sie sind ja unser Aufstehungs-Experte. Ryder, da drüben ist eine Art Höhle. Ich sehe es. Alles klar. Vorsichtig. Wer weiß, was wir hier finden werden. Sehen Sie sich das an? Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Dann waren die Langstrecken-Scans korrekt? Das hier hätte eine Heimat für uns sein können. Ja, vor 600 Jahren. Aber was ist passiert dann? Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutationen. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ja, aber was ist aus all seinen Freunden da draußen geworden? Das ist eine gute Frage. Wie ist das hier überhaupt möglich? Es könnte ein extremes Beispiel für ein Mikroklima sein. Vielleicht wurde es ja all die Jahre durch die Höhle geschützt, während der Rest des Planeten gestorben ist. Da draußen ist irgendwas Übles passiert. Aber das heißt auch, dass es Hoffnung gibt. Das Leben, wie wir es kennen, kann in Andromeda gedeihen. Ja, weiß ich nicht, ey. Wie sollen wir denn den Planeten dazu bringen, dass es wieder so aussieht? Vor allen Dingen wollen wir das, wenn du hier so eine Viecher hast. Weiß ich nicht, ob ich so ein Tier essen würde. So richtig raus habe ich das noch nicht. So, gucken wir mal auf der Karte. Die Geheimnis-Höhle haben wir angeguckt. Das Alien-Gebäude schauen wir uns gleich noch an. Wir wollen aber natürlich olle Greer auch helfen. Der ist gerade zu. Da drüben. Wow! Wow! Ich kann sie sehen. Sie haben uns gesehen! Es geht los! Sie haben es nicht so mitreden, was? Wow! Achtung! Sie setzen diese Tiere ein! Vorsicht! Sie tarnen sich! Das ist für Körbler! Alles klar bei Ihnen? Ja. Machen Sie sich um mich keine Sorgen! Was zur Hölle war das? Was? 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 Das wäre erledigt! Wow! Sie machen das ziemlich gut, Ryder! Danke! Ich habe ein Masseneffektportal bewacht. Ich wünschte, wir hätten so eins für die Archen gehabt. Ich frage mich, was diese Kerle hier wollten. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Es stammt definitiv nicht aus der Milchstraße. Dann ist es eins von deren Schiffen. Glauben Sie, der Sturm hat es erwischt? Möglich. Wenigstens ist das Wetter nicht parteiisch. Angesichts der Tatsache, dass es ihr Planet ist, hätte ich erwartet, dass sie mit den Stürmen zurechtkommen. Ja. Das ist das Original, das was ich mir halt auch gerade gedacht habe. Ist doch seltsam, dass die dann abstürzen. Aber irgendwo müsste doch hier Grier sein. Okay, den können wir nicht mehr scannen. Das ist Nahrung, denke ich. Von hier kann sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Also schaffen sie sie vermutlich von einer anderen Welt hierher. Das heißt, es gibt in diesem Cluster noch mehr von denen? Ätzende Vorstellung. Na ja. Oh, was ist das? Irgendwas ist es. Das ist bestimmt total wichtig. Hier sieht alles irgendwie total interessant aus, wa? Da weißt du gar nicht, wo du als erstes hingehen sollst. Aber Grier ist tatsächlich noch ein Stückchen weiter weg. Irgendwo da hinten. Ich hoffe ja, dass der unverbundet ist. Ah, wir haben ja gelernt. Immer schön scannen, scannen, scannen. Aber sieht so aus, als ob der wahrscheinlich irgendwie auf der Rückseite der Felsen ist. Genau, denn von da sind wir ja gekommen eigentlich. Genau, genau. Da müssten wir... Obwohl, warte mal. Ich glaube hier einfach... Um die Ecke. Hey Leute, wir sind hier im Startgebiet und ich verlaufe mich hier schon. Weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist. Karte ist mein bester Freund. Boah, ich kann... Das ist so eine 3D-Karte. Das macht es mir total schwer, rauszufinden, wie wir jetzt da hochkommen am besten. Weil irgendwie müssen wir da hochkommen. Oh! Oh! Ich glaube, von da unten sind wir ursprünglich gekommen, ne? Da sind wir in die Höhle gegangen. Das heißt, wir laufen jetzt wahrscheinlich im Kreis. Ich schaue nochmal hier rein. Was da wohl drin ist? Ähm... Was zum... Haben Sie das gesehen? Ja. Da war irgendein... Ding. Schreiben Sie es auf die Liste der Dinge hier, die wir nicht verstehen. Oh, Klassifikationsschaltkreis, Algorithmusfrequent, Cryomunition, Sprossensaatampulle... Äh, was? Bestimmt alles ganz super. Wir nehmen einfach alles mit. Wir schauen uns später das Ganze in Ruhe mal an. Das können wir nicht scannen. Und ich dachte erst, wir kommen hier irgendwo an, wo wir schon waren. Und dann doch nicht. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier die Ecke erkundet. Krass, Leute. Wenn der erste Planet, auf dem man landet... Ich dachte eher, dass das hier so ein Tutorial-Planet wird. Aber jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Genau. Alles klar. Wir kommen ja von hier in keine andere Richtung, ne? Hier war auch ein Alien-Bauwerk. Er ist hier irgendwo oben drauf. Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen sollen. Hier hinten lang? Es wirkt schon eher strange, der Weg dann. Ich würde sagen, wir gehen erst mal weiter. Wenn wir den dann irgendwann immer noch nicht gefunden haben, dann können wir uns immer noch Sorgen um den machen. Hier wird keiner zurückgelassen, Leute. Hoffe ich zumindest. Wirklich viel Mut macht mir das Ganze hier nicht. Aber bis jetzt schlagen wir uns ja ganz gut. Gegen diese Aliens. Die... Ich glaube fast, die sind nicht von dem Planeten. Warum sollten sie sonst Nahrungsmittel mit sich führen im Raumschiff? Außer dann sind sie abgestürzt und so was. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die auch fremd hier. Vielleicht denken die auch... Wir sind die Bewohner des Planeten. Das wäre strange, oder? Es ist halt schade. Wir erfahren nichts über die ganzen Teile, die wir scannen. So, das ist die Höhle, aus der wir kamen. Ein Weg nach oben. Linke Seite. Genau, wir müssen ja nach ganz oben, weil da ja dieser Greer ist. Ey, das ist so viel interessanter Alien-Scheiß hier. Ich will da nichts ungescannt lassen. Ach, das sind Blitzableiter, oder was? Also, scheint jedenfalls so. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Aber es ist ein Muster. Das Symbol blinkt in der Nähe von interessanten Bereichen. Je näher sie kommen, desto besser. Oder desto schneller. Das Rauschen wird lauter. Okay, es kommt definitiv hier raus. Ich verstehe Sie nicht. Sie kommen aus der Milchstraße. Sie haben ihn. Wir kommen mit Wien. Wir brauchen Hilfe. Unser Schiff ist abgestürzt. Hilfe! Hilfe! Durchhalten, Greer! Wir kommen! Halten Sie Ihren Kopf unten! Okay, das Sturmgewerf gefällt mir schon mal. Hinsingeln, Liam! Der rechte Todeszone! Da kommen Sie nicht... geschafft! Gott sei Dank! Ich habe an mein Mikro geklopft und gehofft, dass es jemand bemerkt. Geht es Ihnen gut? Ja. Wo sind die anderen? Kirkland ist tot. Aber Fischer lebt. Er ist bei der Absturzstelle. Er hat ein gebrochenes Bein und braucht Hilfe. Ich sehe mich nach Vorreden um und gehe dann zurück. Bleiben Sie dort, wenn Sie angekommen sind. Wir suchen das Shuttle meines Vaters. Viel Glück! Ich kann es kaum erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Tja, frag mich mal. Okay, aber mehr gibt es hier wohl nicht. Ich habe jetzt einfach angegriffen, bevor die den irgendwie verletzen. Das hier ist irgendwie toxisch. Irgendwie muss man aber seine Schulterkamera wechseln können. Das macht mir momentan noch ein bisschen zu schaffen. Aber das finde ich noch raus in der Pause. Also nach der Folge. Den Signalraketen nachgehen. Wir haben hier noch so ein... Was ist das? Ein Aliengebäude? Das haben wir uns auch noch nicht angeguckt. Das will ich aber sowas von. Ah. 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 Wo soll denn das sein? Okay, ich sehe hier kein Aliengebäude. Aber guck mal doch da hinten. Da geht ein Weg lang. Das ist hinter der Höhle wahrscheinlich. Ich finde es schade, dass man von der Karte nicht direkt wieder ins Spiel zurück kann. Sondern jedes Mal erstmal ins Menü kommt. Aber sonst habe ich bisher noch nicht wirklich was zu meckern. Ich finde es krass, dass man sehen kann, wo der Blitz einschlägt. Weil davor ja immer diese Steine dann so hoch fliegen. Auf dem Hügel, da ist irgendeine Art Bauwerk. Die Stürme setzen diesem Ort ganz schön zu. Genau wie allem anderen auf dem Planeten. Okay, ich habe erstmal geguckt, ob hier... Ob hier irgendwelche Typen zu sehen sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Na ja, hoffen wir mal, dass niemand zu Hause ist. Ich glaube nicht, dass das überhaupt ein Zuhause ist. Na ja. Wer weiß das schon so genau. Hier scheint gar nichts zu sein. Leute, wie es hier weitergeht, was wir hier drin finden werden. Und ob das ein Blitzableiter ist, den wir einschalten können. Das seht ihr alles in der nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich.